Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute möchte ich mal ein neues Objektiv testen. Ich denke mal, ihr wisst alle, dass ich von der Firma Nisi gesponsert werde, beziehungsweise bin ich Investor bei Ihnen. Und sie haben mich gefragt, weil ich ja jetzt auch eine neue Kamera habe, ich fotografiere jetzt mit der Nikon Z7 II, das heißt ich fotografiere jetzt mit einem Z-Mount. Und für diesen Z-Mount hat Nisi tatsächlich ein Objektiv entwickelt und zwar ein 15 mm Festbrennweite, Blende 4 und das werde ich heute einfach mal testen und werde jetzt einfach mal meine ehrliche Meinung dazu sagen. Wir werden das Ganze vergleichen. Ich habe nämlich auch noch das 14 bis 24 mm Z f2.8 von Nikon mit dabei. Das ist so das, was ich normalerweise nutze und jetzt habe ich das hier bekommen und wir werden das Ganze einfach mal testen. Ich werde beide Objektive, also mit 15 mm fotografieren. Wir machen genau die gleichen Bilder und dann werden wir am Ende am Computer mal gucken, welches Objektiv da wie von der Abbildungsleistung ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist natürlich so, wir vergleichen jetzt eine Festbrennweite mit einem Zoom-Objektiv, ist klar. Ich werde auch das 14 bis 24 mm auf Blende 4 natürlich packen, damit wir auch hier ungefähr gleiche Voraussetzungen haben. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze performt. Bin ich sehr gespannt drauf und man sieht ja schon, es ist sehr klein. Also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ein sehr kleines Objektiv dafür, dass es 15 mm Festbrennweite ist. Ja, es hat so eine kleine Wölbung hier vorne in der Linse drin. Es hat aber zum Beispiel ein Filtergewinde von 72 mm. Also mega, dass man mit 15 mm auf 72 mm Filtergewinde kommt. Finde ich sehr stark. Ob es jetzt am Ende richtig performt, werden wir sehen. Fangen wir einfach mal mit meinem Standard-Setup an. Das kennt ihr ja vielleicht auch noch gar nicht. Das ist jetzt also mein neues Setup. Nikon Z7 II mit dem 14 bis 24 mm Z-Objektiv 2.8. Hat einfach den großen Vorteil für mich gehabt, beziehungsweise warum habe ich getauscht. Die Nikon D850 mit dem alten 14 bis 24 mm Objektiv war sauschwer und auch ziemlich groß. Und das, ich sage jetzt nicht, es wiegt die Hälfte, das stimmt nicht ganz, aber es wiegt ungefähr ein Drittel weniger. Es ist wesentlich kleiner und kompakter und es macht einfach wesentlich mehr Spaß, damit dann im Fotorucksack unterwegs zu sein. Gerade wenn man auf längeren Wanderungen unterwegs ist. Deswegen, ja, das war meine Kaufentscheidung. Und ich werde jetzt dieses Objektiv hier auch mal auf 15 mm stellen. Auf eine Blende 4. So, ISO stelle ich mal hier auf 64, ganz normal. Und jetzt müssen wir mal gucken von der Verschlusszeit her. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Motiv. Ihr kennt dieses Motiv wahrscheinlich schon. Wir sind am Kochelsee. Hatte ich schon ein paar Mal auf meinem Kanal. Ich finde diese Location einfach immer wieder sehr, sehr schön. Deswegen bin ich auch immer wieder hier. Also wundert euch nicht. So, und jetzt werden wir hier einfach mal ein Foto machen. Ich werde auch hier genauso manuell fokussieren. Gucken wir mal kurz, dass wir das hier alles richtig haben. Sieht aber gut aus. So, und jetzt mache ich einfach mal ein Foto. Wir sind jetzt bei Blende 4, wie gesagt. Eine 500. Verschlusszeit. ISO 64. Zack. Und machen ein Foto. Wir haben jetzt natürlich hier im Vordergrund den Steg, der jetzt so ein bisschen unscharf ist. Ich werde jetzt an dieser Stelle kein Fokus-Stacking machen, sondern das hier so unscharf lassen. Und wir werden dann aber natürlich gleich, wenn wir im Büro sind, das Ganze natürlich vergleichen. In den scharfen Bildbereichen. Ja, so. Ich lasse das Setup jetzt genau so. Das Einzige, was wir jetzt ändern, ist, dass wir wirklich das Objektiv einmal tauschen. Machen wir hier das 1424 mal ab. Das kommt hier drauf. Und das Nisi kommt drauf. Boom. So. Übrigens, ich packe das jetzt hier wirklich das erste Mal auf die Kamera. Ja, also ich habe das wirklich vorher noch nicht getestet. Ihr seid also wirklich dabei beim ersten Test dieses Objektivs. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Kleine Sonnenblende ist hier auch mit dabei. Logischerweise sind wir schon bei 15 Millimetern. Und das Witzige ist jetzt auch bei diesem Objektiv, man stellt hier die Blende direkt an dem Einstellring ein. Also man kann das gar nicht digital hier an der Kamera machen, sondern man stellt ihn wirklich in diesen Ring ein. Ist so ein bisschen Nostalgie mit dabei. So wie früher. Aber ich finde es irgendwie cool. Also es hat irgendwie was. So, und jetzt müssen wir hier in den vorderen Einstellungen einstellen, weil das Objektiv auch manuell ist. Also manueller Fokus nur. Man hat keinen Autofokus mit dabei. Aber natürlich kann ich das Fokus-Peaking hier an meiner Kamera noch verwenden. Dann werde ich jetzt hier einfach mal gucken, dass wir das auch wirklich komplett scharf stellen. Dafür ist Fokus-Peaking in der Kamera natürlich super. Und dann machen wir wieder ein Foto. Mit genau den gleichen Kameraeinstellungen. Jetzt muss ich aber feststellen tatsächlich, dass das Bild von dem 14-24 Millimeter ein bisschen heller geworden ist. Deswegen werde ich jetzt hier die Verschlusszeit noch mal ein bisschen verlängern. Damit wir hier einigermaßen gleiche Bildhelligkeit haben. Und man sieht auch, dass der Steg so ein bisschen verschoben ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Kamera bewegt habe oder ob das im Objektiv liegt. Aber so ein ganz kleines bisschen. Also es liegt jetzt nicht pixelgenau übereinander. Aber ich denke mal, ihr wisst, dass wir das trotzdem ganz gut miteinander vergleichen können. So, ich kontrolliere jetzt nur noch mal kurz, dass es auch wirklich im Hintergrund fokussiert ist. Nicht, dass wir da jetzt unnötig das Ganze nicht vergleichen können. Aber das sieht gut aus. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Büro und vergleichen das Ganze mal miteinander. Und machen mal so ein bisschen Pixel-Peaking. Habe ich noch nie gemacht. Erstes Mal. Los geht's. Wir haben jetzt hier also auf der linken Seite einmal das 14-24. Auf der rechten Seite hier einmal das Nisi-Objektiv. Und wir werden jetzt hier einfach mal ein Stück näher heranzoomen. Und was man natürlich sofort feststellt. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo dieser Vergleich jetzt vielleicht ein bisschen hinkt und auch ein bisschen unfair ist. Das muss man ganz klar sagen. Wir vergleichen hier gerade ein Objektiv, was über 2000 Euro kostet, gegen ein Objektiv, was nicht mal 500 Euro kostet. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, da wird man auch immer die Unterschiede sehen. Also, jetzt hier auf der rechten Seite. Das Nisi-Objektiv ist natürlich nicht ganz so knackscharf wie jetzt hier das 14-24. Wir haben jetzt hier bei einer Blende 4 fotografiert. Das heißt, das Nisi-Objektiv war jetzt hier auch komplett offenblendig. Ich bin der festen Überzeugung, dass das dann natürlich auch Richtung, erstens Richtung Bildmitte schärfer wird. Also wenn wir jetzt hier mal reingucken, da wird der Unterschied schon wesentlich kleiner. Und zum anderen natürlich auch, wenn wir abblenden. Das heißt, wenn wir dann mit einer etwas geschlosseneren Blende arbeiten, auch dann, denke ich, wird dieses Objektiv nochmal deutlich schärfer. Für mich ist es ganz klar ein Objektiv für Landschaftsfotografen. Und Landschaftsfotografen fotografieren ja meistens mit einer geschlosseneren Blende. Von daher ist dieses Blende 4 vielleicht gar nicht das, was man sich unbedingt anschauen sollte, sondern vielleicht eher so, was Richtung Blende 8 passiert. Also man muss ganz klar sagen, es gibt Abstriche zu einem absoluten Profi-Objektiv. Ganz klar. Das ist aber auch völlig erwartbar bei einem Preis von 479 Euro, wie es aktuell auf der Webseite von Nisi angepriesen wird. Und von daher muss man da halt auch entsprechend natürlich ein paar Abstriche machen. Deswegen habe ich jetzt aber noch ein bisschen weiter gemacht. Und ich habe jetzt auch mal mit einer weiter geschlossenen Blende das Ganze fotografiert. Und dazu war ich jetzt hier nämlich mal in meinem Heimatort unterwegs. Und zwar habe ich das Ganze jetzt mal auf Blende 8 gemacht. Du siehst jetzt hier wieder auf der linken Seite das Nikon-Objektiv und auf der rechten Seite das Nisi-Objektiv. Und wenn wir jetzt hier mal näher ran zoomen, auf Blende 8 finde ich, ist schon der Unterschied gar nicht mehr so groß. Da ist das Ganze schon wesentlich schärfer. Ja, also gerade jetzt hier in der Bildmitte. Jetzt können wir hier mal so ein bisschen wegen chromatischen Aberrationen gucken. Ja, also so ein bisschen chromatische Aberrationen hat man hier drin. Gerade wenn man so die Äste der Bäume hier anschaut. Da ist ein bisschen was vorhanden im Vergleich natürlich. Aber das kann man ja relativ einfach rausrechnen lassen in Lightroom. Ansonsten gehe ich jetzt hier mal so ein bisschen Richtung Bildaußenkante. Also jetzt sind wir hier wirklich an der Außenkante dran. Es fällt sofort auf. Ich habe immer mit den gleichen Einstellungen fotografiert. Es fällt sofort auf, dass das Objektiv insgesamt ein bisschen dunkler ist. Also auch insgesamt, nicht nur an den Rändern. Also es hat natürlich ein bisschen eine stärkere Vignette. Aber auch insgesamt ist das Bild ein bisschen dunkler. Und wenn man es gleich hell belichten möchte, müsste ich eigentlich einen Drittelblendenschritt immer aufhellen noch, damit das Bild hier genauso hell ist wie das Foto mit dem Nikon Objektiv. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Also ein kleines bisschen muss man länger belichten, um auf die gleiche Helligkeit zu kommen. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn man jetzt hier mal guckt am Rand, hat man echt fast dieselbe Schärfe. Ich sage bewusst fast. Es ist nicht die gleiche Schärfe. Aber es kommt definitiv deutlich näher ran, als wenn man das Ganze auf Blende 4 vergleicht, wo das Nisi-Objektiv natürlich am offenblendigsten ist. Und da sind natürlich auch stärkere Abstriche zu erwarten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir uns mal jetzt das Bild hier nehmen mit dem Nisi-Objektiv und das einfach mal so ein bisschen bearbeiten und einfach mal gucken, was wir da bei herausbekommen. Wichtig ist erstmal zu erwähnen, Profilkorrektur funktioniert hier noch nicht, weil dieses Profil hier noch nicht hinterlegt ist in Lightroom. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Was wir auf jeden Fall machen können, ist chromatische Aberrationen entfernen. Dass wir die noch so ein bisschen rausrechnen. Ja, ich glaube, jetzt sind sie einigermaßen raus. Und dann können wir das Ganze natürlich mal so ein bisschen bearbeiten, um das in die richtige Richtung zu drücken. Also ich würde als erstes mal so ein bisschen die Belichtung hier nach oben ziehen, dann hier die Highlights so ein bisschen runterdrehen und die Tiefen auch wieder so ein bisschen aufhellen. Und was wir dann natürlich machen müssen, ist hier einmal nochmal in die Objektivkorrekturen reingehen. Und das Ganze würde ich jetzt mal auf manuell stellen, weil ich jetzt hier die Vignetierung rausnehmen möchte. Ja, und deswegen drehe ich jetzt hier den Betrag mal, ich würde mal sagen, so auf ungefähr plus 30. Ja, weil die Vignetierung doch relativ stark ist bei dem Objektiv, muss man so sagen. Aber das kann man ja, wie gesagt, alles dann später wieder rausregeln. Und auch die Verzerrung so insgesamt könnte man jetzt hier noch so ein bisschen ausrechnen. So, minus 6 ungefähr. Jetzt hat man das Ganze erstmal manuell gemacht. Und ich finde, jetzt sieht das Bild schon richtig gut aus. Also wenn ich jetzt nochmal gucke, ja, das ist schon echt scharf. Das ist schon sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Also so ein bisschen muss man das Ganze natürlich in Lightroom, wie gesagt, noch angleichen. Aber dann, finde ich, hat man hier ein echt gutes Ergebnis. Und das packen wir noch ein bisschen Kontrast hier mit dazu. Und vielleicht arbeiten wir hier auch nochmal ein bisschen mit einem linearen Verlauf. Ziehen wir uns den hier nochmal so ein bisschen runter. Dann können wir hier noch ein kleines bisschen die Belichtung runterdrehen. So. Und da möchte ich natürlich subtrahieren einmal den Luminanzbereich. Und da geht es mir vor allem um die dunklen Bildausschnitte. Die möchte ich einmal rausnehmen. So. Zeigen wir uns einmal hier die Luminanzmaske an. Genau. Perfekt. Und ich denke mal, jetzt haben wir hier schon ein ganz gutes Ergebnis. Also, wie gesagt, natürlich, das Nisi-Objektiv hat ein paar Schwächen. Aber für 479 Euro bekommt man ein 15mm Weitwinkelobjektiv, was auf Vollformat passt. Was ein 72mm Filtergewinde hat. Ich kann das hier auch nochmal ganz kurz einblenden. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal kurz die Webseite. Und da steht jetzt hier auch nochmal ganz genau, stehen jetzt hier die technischen Spezifikationen auch nochmal drin. Also Brennweite 15mm, Blende 4 bis Blende 22, manueller Fokus, ja, ganz klar. Und hier ein Filtergewinde von 72mm, was auch sehr interessant ist, weil man halt auch mit sehr kleinen Filtern arbeiten kann. Und trotzdem, ja, ein extremes Weitwinkel hat. Insgesamt wiegt das Ganze 470g, ist also auch relativ leicht, muss ich sagen, für ein Weitwinkelobjektiv. Und deswegen macht es das Ganze eigentlich auch so interessant, gerade für Fotografen, die jetzt vielleicht nicht professionell unterwegs sind, die jetzt damit nicht unbedingt ihr Geld verdienen, sondern für Fotografen, die einfach Bock haben, hobbymäßig, ambitioniert, hobbymäßig Landschaften zu fotografieren und nach einem schönen Weitwinkelobjektiv suchen. Ich glaube, gerade für diese Fotografen ist dieses Weitwinkel tatsächlich eine richtig tolle Möglichkeit, wie man schnell an ein gutes Weitwinkel rankommen kann. Ich bedanke mich erstmal bei Nisi dafür, dass sie mir dieses Objektiv zur Verfügung gestellt haben, dass ich das testen durfte und dass ich das jetzt natürlich auch behalten darf. Also da bin ich auch ganz transparent mit euch. Also mir wurde dieses Objektiv zur Verfügung gestellt, dass ich das jetzt auch behalten darf. Dafür mache ich hier ein Video, darf aber natürlich auch meine Meinung sagen. Und ich denke mal, dass ich die auch relativ differenziert gesagt habe. Ich bin kein Produkttester. Dafür gibt es andere Leute, die da die technischen Feinheiten noch viel besser rausarbeiten können. Ich sage jetzt quasi nur meinen persönlichen Eindruck immer erstmal. Und ich muss sagen, klar, das Ding hat eine Vignette. Da ist auch noch kein Profil hinterlegt in Lightroom und so weiter. Das muss man alles manuell machen. Es hat manuellen Fokus, es hat einen manuellen Blenden-Einstellring und so weiter. Aber all das macht es irgendwie auch alles ganz cool, damit so ein bisschen zu arbeiten. Und wenn man halt sich in Lightroom hinsetzt, die zwei, drei Minuten extra macht, dann, denke ich mal, kriegt man da auch richtig gute Ergebnisse hin für das Geld, was man da ausgibt. Und man kann das Ganze natürlich auch als Lightroom-Preset ja abspeichern. Wenn du also mit dem Objektiv unterwegs bist, dann kannst du ja diese Änderungen, die ich gerade eben gemacht habe, einfach als Preset abspeichern. Und dann ist es im Endeffekt doch nur noch ein Klick. Und dann hast du all diese Änderungen, diese manuellen Änderungen in der Profilkorrektur, zum Beispiel direkt auf jedem Foto drauf, was du damit fotografiert hast. Also von mir aus eine klare Empfehlung für alle Leute, die Bock auf einen Weitwinkel haben, aber nicht allzu viel Geld ausgeben wollen, dann schaut euch auf jeden Fall mal das Nisi 15mm Objektiv an. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren weiterhin. Ich hoffe, euch hat auch mal so eine Art von Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben und schreibt auch gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr, da mit euch zu diskutieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.